Ich finde ja, dass du so eine Überglücklichkeit an den Tag legst, wie diese neue Apple iMessage-App. Neue Apple iMessage. Furchtbar, Apple. Furchtbar. Oh, ist das laut, ey. Ist das immer so laut? Na, Apple hat doch, warte mal. Hier ist eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi. Und dem Holgi. So, sieht aus. Na, Apple hat gerade so ein iOS-Update released, 10.01. Und da ist jetzt iMessage, also diese Messenger-App, die da per Default drin ist, da haben sie jetzt irgendwie ganz tolle neue Pippi-Mädchen-Features reingemacht. Was? Da kannst du so jetzt irgendwie drauf tippen und dann wird so automatisch ein Kussmund gesendet. Und was? Kannst du ein Foto von dir machen? Kannst du so drauf tippen? Dann kommt so ein Kussmund oder ein pochendes Herz. Auf dein Foto oder was? Auf mein Foto. Und das kannst du dann deinen Liebsten senden. Und das ist neu? Das ist jetzt ganz neu, ja. Ich dachte, das geht schon länger. Nee. Da hätte ich mich dann schon vorher drüber auf. Aber ich habe gar kein iPhone und ich habe auch kein iMessage. Andererseits kriegst du dann auch keine Updates für dein Betriebssystem. Und ich kriege auch leider keine Fotos mit Kussmund drauf. Ja, schade. Das ist voll schade. Aber was ich allerdings gerade bekommen habe, ist irgendwie 20, 30 Nachrichten auf Facebook, die ich bisher echt nicht gesehen hatte. Das ist echt voll peinlich. Ich bin ja auf Facebook aktiv. Ja. Durchaus. Ja. Nicht toll, nicht so intensiv, aber ich bin immer eingeloggt und ich gehe da täglich eigentlich gucken, was da so irgendwie an Notifications kommt oder Nachrichten und die Einschlafen-Podcast-Seite und so. Und ich weiß, dass Nachrichten von Personen, die nicht mit mir befreundet sind, versteckt werden in so Nachrichtenanfragen. Ja, finde ich super. Und da kam in letzter Zeit immer weniger. Ja. Das war früher mehr. So, und jetzt stelle ich fest, es gibt neben den versteckten Nachrichtenanfragen auch noch eine gefilterte. Also, was man eigentlich sieht, sind die gefilterten Nachrichtenanfragen. Ja. Und man muss auf irgendwie ohne Filter klicken oder so, um dann irgendwie alle zu sehen. Und dann sehe ich, dass irgendwie seit Dezember letzten Jahres irgendwie Nachrichten auf mich warten. Das war sehr peinlich. Da habe ich immer erst mal ganz viele Nachrichten beantwortet. Nicht mal alle, weil das irgendwie einfach zu viele waren. Siehst du, ich mache das gar nicht. Peinlich, peinlich. Also, ich mache das gar nicht. Weil, wer mich kontaktieren will und nicht auf Facebook und mir befreundet ist, der soll mir irgendwie eine Mail schicken oder sowas. Weil, ähm, das ist so, äh, hier sag schnell. Übergriff? Der Facebook-Messenger, nein, der Facebook-Messenger ist dazu da, also ich bin, ich nehme auch nicht alle Freundschaftsanfragen auf Facebook an. Natürlich nicht. Und mein Facebook-Messenger ist halt dazu da, dass die Leute, mit denen ich auf Facebook befreundet bin, mir da Nachrichten schicken können. Und wenn auf einmal alle möglichen anderen Leute mir da Nachrichten schicken können, dann werde ich irre. Vielleicht, ja. Ja, genau. Ganz sicher. Aber ich habe jetzt irgendwie etliche, etliche Nachrichteneinfragen angenommen und weil das halt irgendwie konkrete Fragen waren. Ja, das sind es bestimmt auch, aber ich habe das irgendwann mal weggeklärt und irgendwie kommt es auch. Stimmt, also dass die jetzt auch alle im Messenger, ich benutze jetzt auch diese Messenger-App von Facebook, habe ich lange Zeit nicht gemacht, weil die, äh, weil es in Android erst seit kurzem die Option gibt, ähm, Apps nicht, nicht automatisch alle Berechtigungen zu geben, die sie haben will. Ja. Das war immer so all or nothing und wenn, wenn eine App gesagt hat, ich will das und das und das und das, dann kannst du halt einfach sagen, ja, kannst du alles oder nee, ich benutze dich nicht. So und, äh, jetzt mit, mit dem neuesten Android oder einem der letzten Updates kam halt dieses selektive, dass du gesagt hast, okay, dann darfst du das und jetzt wollte ich irgendwie ein, 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 ein Foto schicken per Messenger-App und dann, dann hat sie mich erst gefragt, ich müsste dazu auf deine Dateien zugreifen dürfen, darf ich das? Ja, okay. Ja, das war mir, das war mir wichtig, dass ich das irgendwie selektiv machen kann, weil, ähm, die Facebook-App und auch die Messenger-App wollen halt, äh, auf deine Kalendereinträge lesend und schreibend, ohne dass du es merkst, irgendwie zugreifen können. Und auch SMS lesend und schreibend zugreifen können. Dann schick das Ding, dann nämlich Fotos mit Kussmund auf einmal und dann hast du den Salat. Zum Beispiel. Ich hab ja, ähm, also, ich benutze Facebook ja eigentlich, ähm, ich find das auch irgendwie ganz angenehm, ne, also da kann man halt schön mit Leuten in Kontakt bleiben, die sonst nicht im Internet sind und so, ähm, aber ich hab das vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so, hab ich einfach mal die Facebook-App von meinem Telefon gelöscht und, äh, fühle mich jetzt besser. Weil irgendwie, also einmal ist das so ein Zeitfresser gewesen, ich hab da zu oft reingeguckt und dann, was mir da so richtig auf den Sack geht wirklich bei Facebook ist, dieser Algorithmus, ich will eure Scheißfilter nicht, ich will nicht, dass ihr mir irgendwas aussucht, ja, müllt mich einfach zu. Ich werde schon finden, was ich suche. Und das hat mich, das hat mich total genervt. Und dann kannst du nämlich, dann kannst du zwar, kannst du in der App ja umstellen, so immer neueste Nachrichten zeigen, aber sobald du sie einmal ausschaltest und wieder neu hochfährst, ist die Einstellung wieder auf, äh, zeig mir den Scheiß, von dem Mark Zuckerberg glaubt, dass es mich interessieren würde. Und du kannst ja nicht, also selbst wenn du irgendeine Einstellung machst, du kannst dich ja trotzdem nicht drauf verlassen, dass alles, was du haben möchtest, dann in chronologischer Reihenfolge angezeigt wird. Das kannst du ja nie. Und das Schlimmste ist, jetzt macht Instagram so einen Scheiß auch. Und ich hab Instagram wirklich gemocht, also wirklich, wirklich gemocht. Aber mittlerweile ist das irgendwie, ja, ich find Instagram ist auch unbenutzbar geworden. Und Twitter macht das auf der Web App ja auch. Echt? Twitter, wenn du dich im Web Frontend bei Twitter anmeldest, was ich regelmäßig tue, weil ich auf meinem Firmenrechner keinen Twitter Account habe und trotzdem ab und zu am Rechner mal irgendwie kurz was, äh, was nachlesen möchte. Ähm, da kommt immer so ein, ähm, was dir gefallen würde, was in der Zwischenzeit geschah, äh, hier noch ein bisschen Werbung und so weiter und so fort. Mache ich nie. Also ich hab Twitter gefühlt seit Jahren nicht anders als mit meinem Client auf dem Handy gesehen. Oder mit TweetDeck. Mhm. Ja. Ja. Nö, jetzt benutze ich Facebook halt nicht mehr, also benutze ich Facebook halt nur noch, wenn ich mal irgendwie an einem Rechner sitze und mich da einlogge. Und das ist echt sehr angenehm. Weil ich mich halt nicht mehr darüber aufregen muss. Und ich verstehe auch nicht, warum die nicht einfach hingehen und sagen, ja, hier bist doch einfach in den Einstellungen, kannst du halt sagen, ich will chronologisch. Mensch, das kann doch so schwer nicht sein. Also warum machen die das nicht? Du bist doch so ein Software-Mann. Verstehst du das? Ähm, das ist halt ein Optimierungsproblem, ne? Also nicht alle Menschen sind so intelligent wie du und ich, dass sie mit einem vollständigen, chronologisch, ähm, sortierten Feed zurechtkommen. Ja. Also für mich persönlich wäre Suche wichtiger als ein Filter. Für dich vielleicht auch. Aber für viele andere, die so Gelegenheitsnutzer sind und irgendwie schnell ein gutes Erlebnis brauchen und irgendwie sich gar nicht Gedanken machen wollen, dass es vielleicht sowas wie eine Suche gäbe oder so. Ähm, für die ist es dann irgendwie attraktiver, einen vorgefilterten Feed zu sehen. Naja. Um die geht's dann halt. Ja, aber können sie ja. Aber die können doch, die müssen doch einfach nur in den Einstellungen ein Häkchen machen. Also sie können es ja per Default auf vorgefiltert machen. Äh, und dann ein Häkchen in den Einstellungen, womit ich es dauerhaft auf chronologisch stellen kann. Also wenn du Produktmanager dort wärst und so eine Produktentscheidung treffen müsstest, ob es dieses Häkchen geben soll oder nicht. Und du hast Zahlen, die dir zeigen, dass dieses Häkchen kaum einen Vorteil bringt, außer so einen Schreihals wie dich leise zu kriegen. Ich glaube nicht, dass es nur ich bin. Aber im Allgemeinen, die, äh, alle Werte, so Retention, äh, User Retention ist halt irgendwie, wie, wie viele von denen, die mal da waren, kommen dann nochmal wieder. Ja. Ähm, ähm, und, äh, und Conversion, wie viele von denen, die da sind, äh, werden dann Premium-Mitglied oder zahlen irgendwas. Beziehungsweise auf Facebook ist es dann, klicken dann auf Werbung oder was auch immer. Äh, wenn all diese Werte besser sind, äh, wenn du das so machst, wie, wie sie es halt machen, dann, dann machst du es halt. Ja, aber die können doch gar nicht wissen, ob sie besser sind. Also das, ich kenne, ich kenne unendlich viele Menschen, die genervt sind, weil Facebook nicht chronologisch anzeigt. Ja, aber wenn sie dann trotzdem auf Werbung klicken, wenn sie nicht chronologisch angezeigt wird, dann, äh, die machen AB-Tests noch und nöcher. Ja, die, die, die haben halt unendlich viel Traffic, äh, und die können halt AB-Tests machen, das heißt, sie, sie spielen zwei verschiedene Varianten aus, ähm, und, ähm, ja. Variante A gegen Variante B, äh, was performt besser bezüglich der KPIs, die denen gerade wichtig sind. Und KP was? KPI, äh, Key Performance Indicator. Okay. Und, ähm, ja. Was mir neulich auch nochmal aufgefallen ist, als ich so in die Facebook-Statistik guckte, wieso ist die eigentlich glaubwürdig? Facebook-Statistik? Ja. Also wenn du in die Statistik... Für so eine Seite. Wenn du Seitenbetreiber bist, ja, ich bin ja Admin bei Radio 1. Ja. Ähm, wenn ich, da kann ich halt diese ganzen Statistik, äh, Statistik-Sachen sehen. Ähm, und dann saß ich da so und dachte, warum soll ich denen das eigentlich glauben? Also, die, dass, die zeigen mir eine Metrik, die aus ihrem eigenen Laden kommt. Das ist halt ungefähr so, als würde ich sagen, hier, äh, ich verkaufe jetzt Vrind, äh, ich habe eine Million Downloads pro... 100 Millionen Hörer pro Tag. Genau, ich habe eine Million Downloads pro Folge. Ja. Hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Lange nicht. Sonst, sonst wäre ich reich. Oh, ich wäre so gern reich. Ich hätte mir heute... Ich habe, ich hätte mir heute fast, also wirklich fast, wahrscheinlich liegt es nur am Ladenschluss, äh, hätte ich mir, ich hätte mir heute fast einen Roller gekauft. Also einen Motorroller, eine Vespa hätte ich mir heute fast gekauft. Schick. Ja. Ich bin heute wieder Fahrrad gefahren und ich habe mich heute nach dem Fahrradfahren, also die, die ganze Strecke nach Hamburg, äh, auf die Waage gestellt. Mhm. Und... Yeah! Unter 100? Das erste Mal in diesem Jahr unter 100. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin im Moment nicht in der Lage, ich bin zu schwach, irgendwas anderes zu tun, als mein Gewicht einigermaßen zu halten. Das ist echt zum Kotzen. Ja, ich weiß, dass ich... Und der Italienurlaub hat... Eigentlich, dass ich eigentlich zu viel Wert darauf lege, äh, wie viel ich wiege, weil ich fühle mich eigentlich gerade ganz wohl mit meinem Körper. Ich bin, ähm, erstaunlich fit. Ich, äh, fahre mittlerweile zweimal die Woche mit dem Fahrrad nach Finkenwerden zurück. Im Wesentlichen, weil gerade so viel Stau ist auf der A7, das ist irgendwie Baustelle, nach Baustelle. Das ist ganz schrecklich im Moment. Ähm, man kann quasi von Süden gar nicht mehr mit dem Auto in die Stadt reinfahren. Ähm, und dann ist es halt mit dem Fahrrad ganz lustig. Ich bin sogar jetzt wieder Bahn gefahren. Das ist ganz schrecklich. Mir hat irgendeiner meinen Hinterreifen plattgestochen. Und zwar hinterm Haus. Äh, am Fahrrad? Ja, am Fahrrad. Einen Roller habe ich ja nicht, weil er laden war ja zu. Und Auto hast du auch. Ach, das ist ja ähsend. Hinterm Haus. Ich meine, wie asozial muss man eigentlich sein? Ja. Ja, und selbst wenn es Kinder waren, also wir haben ja viele Kinder in der Siedlung. Ja, das ist scheiße. Selbst wenn es Kinder waren, wie asozial kann man seine Kinder eigentlich erziehen? Ja, den Kindern muss es aber auch klar sein, was sie damit möglicherweise anrichten. Also gerade Kinder und Fahrräder ist ja noch mal was anderes als Erwachsenenfahrer. Die Schattenredaktion, also Twitter würde gerne wissen, welche Vespa ich mir fast gekauft hätte. Eine GTS 300. Und was ist das für eine? Das ist die größtmögliche. Größtmögliche Vespa. Also eine neue. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht wie lange, 15 Jahre oder noch länger, bin ich ja PX gefahren. Das sind diese, das sind die alten mit den runden Bäckchen, die so rampepapapapapam machen. Da hatte ich eine große Lusso, also eine 200 Lusso, also auch 200 Kubik, also ein richtiges Motorrad, die auch echt gut gelaufen ist und alles. Und das Problem, was ich damit dann bekommen hatte, darum habe ich die vor ein paar Jahren an einen Freund für einen absolut lächerlichen Preis verkauft. Ich habe mir eine Enduro gekauft. So eine kleine, eine 80er. Ne, ne, eine 350er. Die Vespa, die hat ja diese kleinen 16, ich glaube es sind 16 Zoll Räder. Und die Enduro hat halt große Räder. Und ich habe, und du musst dir vorstellen, also diese Vespa, diese PX, die hat den Motor hinten. Also du sitzt, der ist ein Stück hinter dir, der Motor montiert. Und ist ein bisschen rechtslastig. Das heißt, das Ding eiert immer so ein bisschen rum. Du bist also immer ein bisschen so am Korrigieren. Das macht Spaß. Also es ist echt kein Problem. Und die kleinen Räder haben natürlich weniger Grip als große Räder. Und ich habe dann über die Jahre, also ich habe die parallel gehabt, die Enduro und den Roller, und habe über die Jahre immer mehr Schiss gehabt, mich mit der Vespa in die Kurve zu legen, weil ich gelernt habe, wie man sich eigentlich mit dem Motorrad in die Kurve legen kann, wenn man große Räder hat. Und dann habe ich mich mit der Vespa mal lang gemacht. Also mit der bin ich mal über den Hermannplatz geflogen. Und danach habe ich immer so ein bisschen Schiss gehabt auf dem Ding, weil die bremst nicht richtig. Und weißt du, es ist halt Technik aus den 60ern irgendwie. Auch wenn es Baujahr, ich weiß gar nicht, was das war, eine 90er oder sowas war das. Und die GTS 300 hat das aber nicht mit dem. Die sind nagelneu. Also das ist die moderne Variante der Vespa. Ich finde, das ist das erste Mal, dass denen eine moderne Variante gelungen ist, die echt gut aussieht. Und die sind ordentlich balanciert. Die haben sogar mittlerweile ABS. Was total super ist auf so einem kleinen Ding, weil diese kleinen Rädchen, die haben halt super schnell blockiert. Du hast dann irgendwie gebremst und bist dann quietschend irgendwie durch die Häuserschlucht geschlittert. Und ich hätte halt, also mir macht Motorradfahren schon Spaß. Auch wenn ich die letzten zwei Jahre so wenig gefahren bin, dass ich meine Enduro zuletzt auch an einen Freund für sehr wenig Geld verkauft habe. Aber irgendwie macht mir das Spaß und ich würde gelegentlich gerne auch mal mit dem Ding einfach mal rausfahren. Weißt du? So rausfahren halt. Und dafür möchte ich ordentlichen Bums haben. Jetzt gibt es diese PXen, gibt es in neu immer noch mit 150 Kubik, 9 PS. Das ist mir zu wenig. Dazu bin ich mir auch zu schwer. Dann zieht das Ding halt keinen Hering vom Teller. Und diese große, die 300er, die hat halt 300 Kubik, was sehr viel ist für eine Vespa. Ich dachte 300 PS. Und 22 PS. Und das Ding, also 300 Kubik, ein Viertakter, 22 PS, ein Automatikgetriebe und die zieht richtig gut. Und das ist halt so richtig, damit kannst du auch verheißen. Du brauchst aber Führerschein Klasse 1. Das kannst du nicht fahren. Die gibt es auch mit 50 Kubik, aber das ist dann halt auch, 50er Roller würde ich im Leben nicht fahren. Nee, du nicht. Ja, ich würde das auch niemandem empfehlen, sowas zu fahren. Ich auch nicht. Ich fahre einfach Fahrrad. Das ist halt total ermüdend. Erstmal das. Kannst du auch Fahrrad fahren. Wenn du fit genug bist, bist du auch nicht viel langsamer. Und vor allen Dingen diese 50er Roller, die sind halt so schwach motorisiert, dass du, wenn du im Verkehr mitschwimmen willst, immer Vollgas fährst. Das heißt, du sitzt auf einem Ding, das macht die ganze Zeit. Und du wirst halt trotzdem von denen, die schneller fahren wollen. Genau. Und das will ich halt nicht. Naja, und ich habe irgendwie, wir waren ja im Urlaub in Italien und da fahren die Dinger ja auch rum und es fixt einen ja dann nochmal doppelt an, weil da ist das Wetter noch geiler. Und dann war jetzt dieser Tage das Wetter auch noch geil. Wie kann denn das Wetter dort geiler sein als hier? Na, es war ungefähr so wie hier. Ach so. Aber als wir da waren, war es vorher nicht so geil hier. Trockner wahrscheinlich, ne? Trockner. Und du weißt halt auch einfach, es bleibt halt auch stabil bis Ende Oktober. Also es ist einfach, ist halt Italien. Das hat mich dann so ein bisschen romantisiert. Und ich habe die Entscheidung getroffen, mir kein Wohnmobil zu kaufen. Und habe jetzt, habe jetzt so ideell sozusagen, habe ich Geld übrig. Weil ist Quatsch. Und habe gedacht, gönn dir doch, gönn dir mal was Tolles. Gönn dir mal ein bisschen, mach mal so ein Luxusding. Andere Leute kaufen sich ein Auto, das sie nicht brauchen. Dann kaufst du dir halt einen Roller, den du nicht brauchst. Ja, und dann habe ich so ein bisschen auf mobile.de rumgeguckt und habe einen günstigen gefunden. Bei einem Händler hier in Berlin sogar. Habe da angerufen. Und das war aber dann irgendwie 17.30 Uhr oder sowas. Und die machen um 18 Uhr zu und sind in Spandau. Und ich so, okay, das schaffst du nicht, kannst du vergessen. Und er meinte, ja, nee, können sie vorbeikommen. Ich kann denen auch einen Zettel dran machen, dass der erstmal hier steht. Dann können sie Probefahrt machen, ob das überhaupt das für sie ist. Und das Ding war einen guten Tausender billiger, als die eigentlich Neukosten. Okay. Und das fand ich dann schon eine Ansage. Was kostet sowas denn neu? Knapp fünf. Okay. Also es ist schon richtig viel Geld. Ja. Andererseits, also ich weiß jetzt nicht, wie lange die modernen Vespas halten. Die alten, die PXen, wenn du die ein bisschen gepflegt hast, sind die halt mal locker 20 Jahre alt geworden. Okay. Und das ist dann, ist das dann irgendwie. Dann ist die Anschaffung, okay. Ja. Und da gibt es, also ja, hätte ich aber fast gemacht. Also es war so, der sagte dann, ja, einen habe ich noch da zu dem sehr guten Preis. Der ist aber in Rot. Und Rot ist so die Farbe, die ich eigentlich am wenigsten gerne hätte. Und wenn er jetzt irgendeine andere Farbe gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, hängen Sie einen Zettel dran, der gehört mir. Ich komme morgen vorbei. Feuerwehrroller. Ja. Naja, jetzt muss ich mal gucken. Wahrscheinlich ist jetzt, morgen habe ich keine Zeit den ganzen Tag. Donnerstag habe ich den ganzen Tag keine Zeit. Freitag wird es dann ein bisschen kühler. Dann wird mir wahrscheinlich auch diese Flause schon wieder aus dem Kopf geflogen sein. Und ich werde denken, nee, Alter, 5000 Euro. Wie viele Cabrios von DriveNow kannst du davon mieten? Aber dann ist halt kein Roller. Und ich würde halt, hatte ich ja auch mal gesagt, ich würde halt gelegentlich gerne mal mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich habe kein Auto. Aber wenn ich so einen Roller hätte, könnte ich, wenn das Wetter okay ist, also so bis 10 Grad kann man fahren, mit dem Ding fahren. Das wäre halt auch nochmal ganz nett. Und ich fahre halt seit meinem 16. Lebensjahr, eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr, fahre ich irgendein motorisiertes Zweirad bis auf dieses Jahr. Nee, stimmt nicht. Ich habe dann irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich auch zwei Jahre nix. Tja, wenn du dir das leisten kannst. Weiß ich nicht. Ich habe auch letztens überlegt, ob ich mir ein neues Fahrrad kaufen soll, weil ich bin immer noch kein passionierter Fahrradfahrer. Ich bin jetzt nicht so irgendwie der Radsportler, der irgendwie darin aufgeht und das Fahrradfahren irgendwie das Geilste ist. Ich gewinne immer mehr Freude daran, gerade im Moment. Das Wetter ist halt fantastisch. Obwohl es schon zu heiß wieder hier. Ich fahre jetzt aber auch zu Uhrzeiten, wo die Sonne gerade aufgeht oder gerade untergeht. Das heißt irgendwie das Land, ich fahre ja auch nur Landstraße, also Gemeindeverbindungswege eigentlich. Also so asphaltierte, einspurige Straßen, Feldwege. Und dann sind so die Felder in warmes Licht getüncht und das ist halt sehr geil, so draußen zu sein im Moment. Das macht schon Freude. Und ich habe irgendwie jetzt Phasen, wo ich denke so, könntest du doch nochmal irgendwie Geld in die Hand nehmen für ein moderneres Rad irgendwie mit modernerer Technik. Jetzt irgendwie gerade, wo es dann auch, wo ich vielleicht dann demnächst in den Dunkeln fahre, wäre vielleicht ja irgendwie sowas wie Licht am Fahrrad. Es ist Saisonende, da geben die Händler echt viel Rabatt noch. Ja, mal sehen. Aber ich brauche es halt einfach nicht. Weißt du, ich habe eh Klicklicht irgendwie, das funktioniert ja auch. Und ich bin echt immer noch glücklich mit diesem Fahrrad da, von dem du... Dann fahre ich halt damit weiter. Ich fahre ich halt damit weiter. Es ist zwar ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich merke das ja auch. Also ich habe ja auch ein fast fabrikneues, 20 Jahre altes Cannondale Mountainbike, das total geil fährt. Und ich mir so, das ist der Hammer, wie das fährt. Und dann habe ich mir halt dieses neue Specialized gekauft, was sie mir geklaut hatten. Und habe gedacht, okay, es gibt noch einen Unterschied. Also es kann halt noch besser. Das ist irre. Sondern dann wüsste ich natürlich auch gar nicht genau, was ich kaufen würde. Ich schwank tatsächlich zwischen ziemlich Extremen, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben. So entweder ein richtiges Rennrad. Also mir macht Schnellfahren halt auch wahnsinnig viel Spaß im Moment. Ich fahre jetzt irgendwie die Strecke mit einem 27er Schnitt. Und das... 27 viel. Das ist gut. Fühlt sich schnell an. Ich weiß, dass andere noch schneller fahren. Aber für mich ist das halt toll. Und mir macht eben das Schnellfahren dann eben auch Freude, wenn ich dann sehe, heute war ich noch mal schneller als letztes Mal. Deswegen wäre Rennrad vielleicht noch mal was, wo ich dann noch mal sportlicher dann auch drauf sitze und irgendwie nach vorne gebeugt, irgendwie einen besseren Windwiderstand habe. Aber da was Gutes zu finden ist, glaube ich, auch nicht billig, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Da gibt es auch relativ günstige Sachen. Oder so ein Urban Bike halt, ne? So ein Commuter von Dingsbums. Und das sind so die Optionen. Und allein das zeigt schon so, ey, ich weiß es halt gar nicht, was ich überhaupt machen will, was ich überhaupt haben will. Und dann kaufe ich halt nichts. Und dann bin ich jetzt einfach mal mit dem zufrieden, was ich habe. Und fahre das so lange, bis das halt nicht mehr geht. Einfach mal zufrieden sein. Einfach mal glücklich sein. Wie zum Beispiel mit den drei Punkten, die St. Pauli am Samstag. Alter, hört man das eigentlich noch, meine Stimme? Hört man meine Stimme noch? Also ich höre deine Stimme noch. Also hört man noch, dass sie anders ist als normal? Nö. Ich habe gestern, also Sonntag habe ich kaum sprechen können. Gestern war ich nur so am Röcheln. Und heute geht es wieder so einigermaßen. In meinem Kopf klingt es noch ein bisschen anders als vorher. Aber ich habe Samstag so laut geschrien im Stadion. Es war göttlich. Hat Spaß gemacht. Der Schiedsrichter hat auch viel Grund dafür gegeben. Ich habe heute im Kicker geguckt. Der hat die Note 5,5 gekriegt. Also in Schulnoten. Das ist schlecht, ne? Fast eine 6, ja. Ja, der hat einen Elfmeter nicht gegeben. Der irgendwie klar war, der hat ein Tor nicht gegeben. Weil sein Linienrichter meinte, vielleicht war es doch abseits. Und hat halt irgendwie massiv gegen St. Pauli gefiffen. Was dann natürlich im Stadion auch zu entsprechenden Reaktionen führt. Und ich habe mich dann mal mitreißen lassen. Herrlich. Das ist ja immer noch was, was ich nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann. Fantum. Also so Ausrast-Fantum kriege ich ja nicht. Das ist Emotionalität, die dann irgendwie überschwappt. Das hatte auch gar nicht so viel mit Fantum. Es fühlte sich tatsächlich ungerecht an. Weil wir haben gegen Arminia Bielefeld gespielt. Und die Bielefelder haben die St. Pauli-Spieler einfach kaputt getreten. Also wir mussten in der 13. Minute unseren Innenverteidiger auswechseln. Stellt sich hinterher heraus, der hat halt irgendwie eine Fraktur. Also der ist jetzt erstmal wieder für Wochen ausgeschaltet. So und Bernd Nierig musste auch ausgewechselt werden, weil er irgendwie kaputt getreten war. Die sind extrem brutal zur Sache gegangen. Und der Schiri hat halt nicht gepfiffen, sondern irgendwie. Lass mich dir was sagen, Tobi. St. Pauli hat dann die ersten gelben Karten gekriegt. Und das ist einfach, also natürlich riecht man sich dann auf, wenn das so ungerecht ist. Lass mich dir was sagen. Das ist Fantum. Also jemand wie ich würde dann neben dir im Stadion sitzen und denken. Boah, was für asoziale Ärsche. Ey, treten die einfach alle zusammen. Naja. Das wäre alles, was mein Kopf machen würde. Es ist ja deren Job wahrscheinlich. Nee, noch nicht mal das. Ich würde einfach, naja. Okay, arglöcher. Naja. Ja, Ungerechtigkeit. Riecht mich auch bei anderen Sachen auf. Ja, Ungerechtigkeit riecht mich bei anderen Sachen auch auf. Aber nicht, wenn sich zwei Mannschaften auf den Platz stellen. Und das ist, vielleicht ist tatsächlich diese, das ist ja deren Job-Komponente dabei. Aber das kann mich nicht aufregen. Naja. Also wenn jetzt irgendwie so Schnuller-Nazi-Vereine, weißt du, wenn jetzt so Schnuller-Nazi-Vereine, Drittliga- oder Fünftliga-Vereine, auf gegnerischen Spielern rumhacken, weil sie schwarz sind oder so. Das regt mich auch auf. Aber wenn die da irgendwie ständig sowas, Blutgrätsche oder wie es heißt machen, da kann ich mich nicht drüber aufregen. Da denke ich mir immer, ja mein Gott, machen die das halt. Ich weiß auch nicht warum. Das ist mir halt egal. Also Blutgrätsche an sich, ja meine Güte, also unfaires Spiel im Sinne von, ich tue was, was regelwidrig ist oder irgendwie übertrieben härt oder so. Ist zwar manchmal irgendwie unschön, aber was mich aufgeregt hat, war halt diese Ungerechtigkeit des Schiedsrichters. Beziehungsweise, dass der halt so blöd gepfiffen hat. Das regt natürlich mehr auf, wenn es gegen die Mannschaft ist, die man liebt. Da hast du vollkommen recht. Er regt mich aber auch in anderen Situationen auf, bei Sachen, wo ich emotional keinerlei Bindung habe. Zum Beispiel bei Handball oder bei, weiß nicht, wenn ich irgendwo sehe, da hat jetzt aber der Referee mal echt scheiße gebaut. Da habe ich so einen Gerechtigkeitswunsch. Gerade bei Sport. Deswegen mag ich Ultimate Frisbee so gern. Das ist zwar auch nicht der gerechteste Sport der Welt, aber die legen halt Wert darauf, dass sie auch bis zur Weltmeisterschaft hin irgendwie keinen Schiedsrichter brauchen, weil der faire Umgang miteinander halt in den Sport integriert ist. Nee, ist nicht meins. Fußball ist mir egal. Und das wird mir wahrscheinlich auch mein Leben lang egal bleiben. Also eben, ja, doch, wird mir egal bleiben. Ist doch lauter. Wie gesagt, mal so ein Spiel sehen, wenn es spannend ist, finde ich auch spannend. Aber das jetzt in irgendeiner Form, ich habe ja noch mehr so Leute im Freundeskreis, die dann auch noch anfangen, das zu intellektualisieren. Das machst du ja wenigstens nicht. Das ist mir für mich geil. Ich finde, das hat was Ehrliches. Aber es gibt halt so Leute, die intellektualisieren dann irgendwie, dass sie da stehen und jubeln. Alter, was soll das? Das ist ungefähr so wie hier Ayahuasca-Zeremonie oder wie das heißt, kennst du? Was denn? Das ist dann irgendwie, ist auch so ein Esoterik-Scheiß. Da sitzen sie dann alle, liegen sie alle so in einer Wohnung, jeder auf so einer Isomatte hat so ein Eimerchen zum Kotzen daneben stehen. Und dann trinken sie irgendwie so indianische, halluzinogene Brechpilze und kotzen sich aus und gehen dann irgendwie auf eine spirituelle Reise und so das Ganze mit total viel Gelaber. Und wo ich dann auch immer nur so denke, also ich habe Freunde, die machen sowas, wo ich dann immer denke, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Weil wenn ihr Drogen nehmen wollt, nehmt doch einfach Drogen. Ihr müsst das doch nicht... Die Spaß machen. Ihr müsst das... Ja, das macht Spaß. Aber ihr müsst das ja nicht... Kotzen macht Spaß. Ja, das kann ich dir gelegentlich auch nochmal erklären. Okay. Das macht Spaß und man muss das doch nicht intellektualisieren, dass man Bock hat, mal Drogen zu nehmen. Das ist so... Nein, nein, ich besaufe mich mit dieser Flasche Schnaps aus humanitären Gründen. Ja, leck mich doch. Ich zwitschere dir doch einfach. Oh, apropos Zwitscher. Ich habe einen Unterberggürtel geschenkt gekriegt. Habt ihr das Foto gesehen? Geil, oder? Äh, super. Das ist so geil. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir seit Jahren... Das bewegt mich so sehr wie dich Fußball. Ich wünsche mir seit Jahren so einen Unterberggürtel. Was? Ich habe irgendwas... Warum das denn? Kellerbar. Meine Kindheit war in den 70ern. Da hing sowas in Kneipen und Kellerbars. Ja. Und ich fand das immer geil. Und ich habe mir immer vorgestellt, so einen Teil zu haben und dann auf dem Festival damit rumzulaufen. Weißt du, den Unterberggürtel umgeschnallt zu haben und Unterbergs zu verteilen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt einen Unterberggürtel. Vom Typ, der mir den geschenkt hat und dann meinte auch ein anderer, wo hast du das her? Und er meinte, ja, mein Vater hat da gearbeitet und als ich klein war, habe ich teilweise sogar diese Gürtel gesteckt. So ein Fläschchen reingesteckt. Das ist super, ne? Ja, okay, dann ist es noch Energie bei dir. Das finde ich, also diese Intellektualisiererei von Dingen, die man macht, weil sie einem Spaß machen, das werde ich nie verstehen. Echt nicht. Das Siegtor, also das 2 zu 1, fiel halt auch in der 90. Minute. Dann hast du mal dazu gesagt, das ist einfach extrem aufregend, spannend gewesen. Die hätten halt auch noch verlieren können. Ja, Ayahuasca. Ja, jedenfalls kotzen, kann ich dir kurz erklären. Wenn du sowas wie Fliegenpilz und so zu dir nimmst, was ja auch halluzinogen wirkt, das ist ja eine Vergiftung, also du vergiftest dich ja. Und wenn du dich mit irgendeiner Speise vergiftest, kotzt du, das ist normal. Was da passiert ist, dass du, wenn du, und das muss man, das sage ich dazu, das muss man nicht unbedingt nachmachen. Kinder, macht das nicht nach. Genau, das war letztes Jahr 1000 und das hat Spaß gemacht. Ich hätte aber auch genauso gut ohne gekonnt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie spirituell gereift, weil ich einen Fliegenpilz gefressen habe. Also kann man wirklich nicht sagen. Also vielleicht doch. Nee, bin ich nicht. Also muss man nicht machen. Nein, das ist nicht, weil du immer noch dich über deinen Unterwerk überfreust. Genau, genau. Also es ist wirklich keine Anleitung. Da würde ich andere Anleitungen geben, andere Dinge empfehlen, aber mache ich nicht. Also was du machst, also du futterst das Zeug, du willst diese halluzinogene Wirkung haben, die das macht. Du hast dich vergiftet und musst kotzen davon. Was passiert, wenn du kotzt? Du entspannst dich einmal komplett. Naja, du verkrampfst dich einmal komplett. Ja, du krampfst einmal und lässt dann aber los. Und in diesem Prozess des totalen Entspannens nach dem Kotzen kann die Wirkung von dieser Droge wesentlich stärker nochmal kommen. Okay, also das Kotzen allein reicht noch nicht, sondern in Kombination mit dieser Droge führt es dann zu dem Zustand, den du ansprichst. Nein, der Zustand, der kommt sowieso und es gibt auch Leute, die sind entspannt genug. Also du hast, wenn du irgendwelche Drogen nimmst, du bist halt immer irgendwie ein bisschen angespannt und verkrampft und sowas. Also ist man immer. Weil es eine Droge ist. Weil es eine Droge ist, weil du was Bestimmtes erwartest, weil dein Tag stressig war. Du bist halt eigentlich immer verspannt. Und dann tust du dir das Zeug rein und kennst das vielleicht von dir oder von anderen, dieses, ah komisch, bei mir wirkt das gar nicht. Ich habe in meinem Leben halt nicht ganz so viele Drogen genommen. Aber das ist immer mal wieder, dass Leute sagen, bei mir wirkt das irgendwie gar nicht. Und das ist oft, liegt es daran, dass die sehr angespannt sind, sich auf andere Dinge konzentrieren und so. Und wenn du aber kotzen gehst, konzentrierst du dich genau auf eine Sache. Schüssel treffen. Und dann lässt du los. Interessanterweise, ich habe früher mal gekifft. Und so mit 19 habe ich gekifft. Und das ist bei mir regelmäßig schief gegangen. Insofern, dass ich halt irgendwie viel Alkohol getrunken oder reichlich Alkohol getrunken hatte. Und dann irgendwie, dann hatte irgendwer was zu kiffen. Ich so, ist ja nicht so, Kiffen ist ja viel besser als Saufen. War aber halt schon angetrunken. Und dann musste ich halt fürchterlich reiern von dieser Rauschkombination. Und das war überhaupt nicht angenehm. Natürlich nicht. Also kotzen auf Mischkonsum. Also wenn du Mischkonsum machst, den du nicht im Griff hast, das ist ganz grau. Oder auch reiern von Alkohol allein. Das ist mir auch nicht schön. Nach einer Weihnachtsfeier, wo zu viel Grappa übrig war. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Grappa getrunken habe. Ich war gestern in Leipzig und habe dann so eine Art Vortrag gehalten am Umweltforschungszentrum. Und bin danach noch mit meinem Chef, also der mich beauftragt hat, der musste mit in die Stadt, musste dann noch was erledigen. Da hatten wir noch Zeit, weil mein Zug erst in eine Dreiviertelstunde war. Da haben wir gesagt, gehen wir noch ein Eis essen. Setzen Sie in diese Eisbude. Und er sagt so, ich glaube ich nehme so einen Aperol Spritz. Und ich so, geile Idee, nehme ich auch einen. Karte geguckt, Aperol Spritz, ein Glas, 5,50 Euro, ein Liter, 16 Euro. Ich so, ja, hier, bring mal einen Liter. Dann habe ich mir, und das war nicht der einzige Liter, den wir bestellt haben. Ich habe mir, und das war, ich glaube es war 15 Uhr oder sowas. Ich habe mir gestern Nachmittag, wirklich zufällig, also mehr oder minder aus Versehen, weil das hat ja so lecker geschmeckt, habe ich mir den Arsch zugezogen. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und das reihe? Ich habe es gerade noch so zum Bahnhof geschafft, in den ICE rein. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich zurück nach Berlin gekommen bin, wirklich nicht. Ich bin dann irgendwann bei Katrin im Bett zu mir gekommen, habe gedacht, wie komme ich hierher? Wer bist du denn? Das war echt, das war echt unfassbar. Oh Mensch. Aber super, da verkaufen die, da verkaufen die, äh, Aperol Spritz im Eimer. Aperol Spritz in Eimern. Mit, äh, mit Strohhalm dann auch? Äh, das Strohhalm dann im Glas. Liter Karaffe, oder? Nein, Liter Karaffe ist also so ein Pitcher, ne, wo du beim Mexikaner Bier drin kriegst. Äh, da haben sie dann halt Aperol drin und Oliven und allem Scheiß und kriegst dann auch so Gläschen dazu. Ja, kann man mal machen. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich die Vrindheit, die Vrinden falsch nummeriert habe. Ui. Ja, ist egal, dann kriegst du jetzt einfach die Sendung von heute, kriegst dann, also ich hab versehentlich 594 auf, 596 nach 594 veröffentlicht. Dann ist das jetzt einfach 595 und ich, äh. Reise in die Vergangenheit. Genau, und ich datiere das dann auch zurück im Publishing, damit es so aussieht. Da haben wir noch mehr Vergangenheitsthemen. Also du hast ja jetzt schon irgendwie von früher Fliegenpilzen und... War das mit den Drogen, waren wir mit den Drogen denn jetzt eigentlich durch? Weiß ich gar nicht. Ich hab ja auch noch eine Reise in die Vergangenheitsthema gehabt und zwar ist mein Schwager, also der Sohn meiner Schwiegereltern, ist Vizekönig vom Schützenverein geworden. Achso, ich dachte jetzt von irgendwie Takatuka-Land oder so. Nee, König von Tongo geworden. Irgendwie obskure Insel im Pazifik. Nee, ähnlich obskur, aber nicht so weit weg. Und ich dachte halt bisher immer, Vizekönig ist halt so wie Vizemeister beim Fußball, also irgendwie Zweiter. Irgendwie nicht ganz Erster geworden. Ist das nicht? Nee, ist nicht. Das ist auch ein ganz anderes, ein ganz anderer Wettbewerb anscheinend. Denn das Schützenfest ist schon deutlich länger her. Das war irgendwie im Juli oder ich weiß das gar nicht mehr so. Irgendwann war Schützenfest und dann fahren wir da auch immer hin, weil da sind dann Bütchen und keine Ahnung was. Und jetzt letztes Wochenende, war das letztes Wochenende? Ja doch, letztes Wochenende, rief meine Schwiegermutter an. Du, dein Schwager, der ist Vizekönig geworden und wir fahren jetzt gleich zur Proklamation. Ich so, ich was? Ich hatte keine Ahnung, was jetzt passiert und hatte aber auch keine Zeit, weil ich irgendwie einen Auftritt hatte mit der Band. Und dann habe ich das nur meiner Frau gesagt, die dann kurz danach nach Hause kam. Und sie ist dann gleich irgendwie mit den Kindern da hingefahren, um bei der Proklamation dabei zu sein. Ich dachte, okay, schon mal nicht verstanden, worum es geht. Bist du sicher, dass ihr nicht Fliegenpilze gegessen habt? Ich habe ein bisschen mehr Einblick bekommen, als dann am nächsten Tag hieß es dann, ja, um halb zwölf sind wir irgendwie eingeladen nach Rollenstedt zum Gulasch essen. Und ich dachte, na gut, dann fahre ich zu meinen Schwiegereltern und esse irgendwie mit meinem Schwager, meinen Schwiegereltern und meiner Frau und den Kindern irgendwie Gulasch einfach zur Feier, dass der irgendwas gewonnen hat, wovon ich nicht weiß, worum es geht. Aber Pustekuchen, wir sind dann um halb zwölf hingefahren, aber nicht zu denen nach Hause, sondern ins Schützenholz, also in die Halle vom Schützenverein. Wo erstmal noch die Nachwehen, also und wir sind nicht zum Essen hingefahren, sondern wir sind zum Helfen hingefahren, weil dieser Saal erst... Ah, Gulasch ist so eine Metapher? Nein, es gab dann Gulasch und die haben auch... Die haben Bief miteinander. Ja, nee, wir machen heute Gulasch. Und was hier wird jetzt aufgeräumt? Nee, gar nicht, aber ich habe auch Gulasch bekommen. Das war auch lecker. Und wir haben es auch gegessen, um zu feiern, aber erst mussten wir diesen Saal halbwegs wieder herrichten, denn da wurde am Vorabend eben wahrscheinlich die Proklamation gefeiert. Das heißt, der Laden war halt noch irgendwie voller Scherben und der Fußboden hat geklebt, von welchen Flüssigkeiten auch immer. Ich hoffe, Bier. Und das sah halt irgendwie schon eklig aus, hat auch eklig gerochen. Und also mussten wir erst mal ein bisschen sauber machen, weil es dann hieß, um zwölf oder um halb eins kommen dann die anderen. Ach, da kommen doch mehr. Die haben Gulag gesagt. Und dann kam halt irgendwie um zwölf, kamen irgendwie diejenigen aus dem Schützenverein, die schon wieder stehen konnten oder die schon wieder nicht mehr stehen wollten, weil mein Schwager mich dann auch gefordert hat, hier, danke fürs Helfen, aber kannst du auch noch zapfen? Und dann stand ich halt an der Zapfanlage und habe irgendwie ab Mittags irgendwie eine Ritsche Bier nach der nächsten gezapft. Ritsche? Ritsche, also ja, Ladung. Also Ritsche, heißt es nicht Ritsche? Weiß ich nicht. Also bei mir nicht. Eine Menge. Also diese 0,2 Gläser und dann so tablettweise immer vollkommen. Also wo ich herkomme, gibt es Grenze. Grenze sagen wir nicht. Nee, ihr habt ja auch keine Kölschgläser. Nee, obwohl die genauso klein sind. Da können wir auch Grenze nehmen. Können wir auch Grenze nehmen. Eigentlich könnten wir auch Grenze nehmen. Nee, egal. Zumindest war ich also irgendwie so merkwürdig beeindruckt irgendwie und irritiert von dem Ganzen, was dann passierte. Da kamen dann irgendwie so etliche von den Nasen da an. Viele kenne ich auch irgendwie so vom Sehen oder von früher vom Handballspielen und so. Und alle halt in grün, also in Uniform. Und einige dann auch mit ihren Instrumenten, die dann eben auch im Spielmannszug spielen und spielten dann irgendwie Hänzchen klein oder so. Und machten sich halt irgendwie einen Spaß. Es war auch irgendwie lustig. Also sie haben es auch irgendwie so ein bisschen selbstironisch gemacht. Aber sie waren halt auch noch betrunken. Also es war irgendwie sehr merkwürdige Veranstaltung. Ist das nicht, eigentlich ist das auch so ein bisschen furchteinflößend, oder? Lauter Besoffene mit Waffen. Na, die hatten ihre Waffen nicht dabei. Es war eh nicht furchteinflößend wie Karneval für mich. Ja, aber im Karneval sind sie nicht bewaffnet. Waren die hier ja auch nicht. Also die Waffen waren ja weggeschlossen. Na gut. Wie wird man eigentlich schützen, König? Ist das sowas wie Mitarbeiter des Monats oder ist es einfach nur, wer am besten geschossen hat? Was fragst du mich? Du hast bis immerhin der Neffe, der Schwager des Vizekönigs von... Ja, aber ich bin zum Glück nicht Adjutant. Der hat sogar Adjutant, ich weiß aber nicht, was die machen. Also außer Bier ranschleppen. Nee, das habe ich ja gemacht. Ich weiß das auch nicht. Also irgendwie sehr interessanter Einblick. Die haben da auch noch Lieder gesungen. Es ist halt Kultur. Also es ist tatsächlich ähnlich wie Karneval. Es ist Kultur. Brauchtum. Die singen da ihre Lieder auf Plattdeutsch und machen irgendwie ihre Spielchen. Machen das mit einer gehörigen Portion Selbstironie und irgendwie unernst. Was macht ihr denn so beim Schützenfest? Oh ja, schießen, Leute treffen. Ja, also sehr, sehr interessanter Einblick. Aber irgendwann wurde es dann halt sehr zotig. Ach was. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sind wir mit den kleinen Mädchen dann doch weggefahren. Gibt es da eigentlich auch Frauen? Sind in Schützenvereinen auch Frauen organisiert oder ist das so ein Männerding? Ja, da gibt es auch Frauen. Okay. Also auch als Schützinnen. Aber ob die Schützenkönigin werden? Da gibt es auch Schützenkönig. Schützenkönig? Schützenkönigin gibt es auch. Nee, Schützenliesel. Gab es doch mal so ein Lied? Ich weiß das nicht. Also so viel Einblick habe ich da nicht und möchte ich eigentlich auch nicht. Also mir sind ja grüne Haare lieber als grüne Hüte. Was hast du nur gegen ihren? Ähnlich verrückt so. Haben ihren grüne Hüte? An St. Patrick's Day tragen alle ihren grüne Hüte. Nee, an St. Patrick's Day ist alles grün in Irland. In Irland ist sowieso alles grün. Habe ich mir erzählen lassen. Ich war ja selber nicht da. Ich war an St. Patrick's Day schon zweimal an St. Patrick's Day in Irland. Und da gibt es halt auch sowas wie grün eingefärbten Schaum auf dem Guinness. Und was weiß ich was. Also die Parade in Dublin zum St. Patrick's Day ist ähnlich wie Karneval in Köln. Das ist halt auch wieder nur ein Grund zum Saufen eigentlich für. Aber wenigstens intellektualisieren sie es nicht. Unter dem Deckmantel des Brauchtums. Genau. Ist das besser, das unter dem Deckmantel des Brauchtums zu tun oder ist es besser, das zu intellektualisieren? Das ist eine interessante Frage. Spontan würde ich sagen, ist es besser, das unter dem Deckmantel des Brauchtums zu tun? Dann sage ich das andere. Lass uns direkt mal so eine Twitter-Abstimmung machen. Spontan würde ich sagen, es ist besser, das unter dem Deckmantel des Brauchtums zu machen, weil Trinken selber ja auch Brauchtum ist. Also es erscheint mir ehrlicher. Weil letztendlich ist es, warum sauft ihr denn hier? Das haben wir immer schon gemacht. Warum sauft ihr denn hier? Ja, weil die, weiß ich nicht. Ich finde Intellektualisierung von Banalitäten finde ich immer. Ist einstrengend und unnötig, aber unter dem Deckmantel des Brauchtums passieren dann eben auch so Sachen wie, was weiß ich, auf dem Oktoberfest die ganzen sexuellen Übergriffe, die dann eben keine Straftaten sind, sondern Brauchtum. Stimmt. Oder auf dem Karneval ist ja auch irgendwie. Jetzt bütze. Ich will einfach nicht gebützt werden. Was? Bütze, Küsschen geben. Sprich mal Deutsch. Bütze. Ein Bützchen, ein Küsschen. Hätte auch nie Bütze sein können. Ich gebe schon Bützchen. Aha. Ja, genau. Bütze, Küsschen, Lalle, hätte ich schon wieder Lust auf ein Bier. Wer hat mir das so auf? Ich könnte auch schon wieder. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Was meinst du denn, soll ich mir einen Roller holen? Das ist schon viel Geld. Das ist echt viel. Mach, dann kannst du ihn hier wieder verkaufen. Ich meine, mit so einem Ding könnte ich dich dann sogar mal besuchen fahren. Ja, dann kauf dir eins. Das wäre nett. Du warst nicht beim Trudhahn. Ich war nicht beim Trudhahn-Fritirn, da waren wir im Urlaub. Sehr schade. Warum? Also abgesehen davon, dass es sowieso geil ist? Entschuldigung, wir müssen das intellektualisieren. Die Meta-Ebene hat gefehlt, mit der du mir das Langosch mit Tomatenmumpe in den Mund gesteckt hast, während ich Trudhähne aufschneide. Ich habe so schlecht frittiert wie noch nie in meinem Leben. Oh. Warum das denn? War Sven nicht da? Viel falsch gemacht. Doch Sven war da. Okay. Aber ich habe schon beim Reinlassen der Trudhähne ins Fett mich töffelig angestellt. Und zwar war der zweite Trudhahn von innen noch zu feucht. Und der hat dann aus dem Halsloch gespotzt wie nichts Gutes. Und das war nicht gut. Das Fett spritzte dann über den Rand rüber und fing Feuer. Und es war irgendwie eine relativ hohe Flamme dann auf einmal neben dem Topf. Also die Wiese hat so ein bisschen angefangen zu brennen. Und ich stand dann da mit ausgestrecktem Arm, den Trudhahn noch am Seil, so halb im Fett drin, aber nicht ganz reinlassend, weil dann hat es zu doll. Und aber nicht ganz raushebend, weil ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht einfach wieder ganz rausgenommen habe. Weil ich gemerkt habe, wenn ich ein bisschen anhebe, dann spottste es halt nicht so doll. Und es war irgendwie eine äußerst unangenehme Situation. Und ich wusste wirklich nicht so genau, was ich tun sollte. Ich habe kurz überlegt, ob ich laut rufen soll. Lauft alle weg! Ey, ich hätte mal cool gefunden. Frau, du gehst ja zuerst! Dann wäre es, glaube ich, einfach panisch geworden. Es war kurz eine sehr kribbelige Situation. Aber meine Frau ist irgendwie schnell in den Schuppen gelaufen und hat die Plattschaufel geholt. Und der Nachbar... Ist das eine Plattschaufel? Eine Schaufel halt. Achso, ein Spaten. Nein, eben nicht ein Spaten, sondern eine Schaufel. Wir haben Freitag einen Spaten verlost. Etwas, womit man viel Erde bewegt. Also mit einer Fläche. Kennst du den Unterschied zwischen einer Schaufel und einem Spaten nicht, oder was? Ehrlich gesagt, nee. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber. Und ja, Schaufel ist gewölbter, ne? Also Schaufel ist stärker gewölbter. Und Spaten hat halt eine gerade Stich... Damit stichst du in den Boden rein, quasi. Und hebelt höchstens hoch. Aber du bewegst damit nicht viel Erde. Das machst du mit einer Schaufel. Freitag haben wir einen Spaten verlost. Der heißt der Holsteiner Rüffel. Spatenbier oder... Holsteiner Rüffel ist doch... Nee, der Spaten. Also ein Spaten. Der heißt so. Das ist der Name des Spatens. Holsteiner Rüffel. Aha. Und ihr habt die verlost. Haben wir verlost. Am Radio. Konnten die Leute sich einen Rüffel abholen. Achso. Oh Gott. Ja, sehr schön. Naja gut, aber das war dann irgendwann auch wieder gelöst, das Problem mit dem Feuer. Und die Trudlinne waren drin. Und ich war völlig fertig. Also das hat mich doch ziemlich irgendwie kaputt gemacht. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch kein Alkohol getrunken. Mache ich jetzt immer erst irgendwie beim Truthahn anschneiden. Weil es einfach zu anstrengend sonst wird. Und ich war also emotional auch kurz irgendwie mitgenommen von dieser Situation, wie ich da stand. Und das Feuer war sehr rauchig dieses Jahr. Das Holz war wohl immer noch ein bisschen feucht. Und mir stach der Rauch so ins Auge, wie ich da so stand. Und irgendwie ich dachte, jetzt verbrennen wir gleich alle. Ist nicht passiert. Das heißt, es war eine scheiß Party dann am Ende? Oder ist es dann noch? Nee, nee, die Leute waren alle entspannt. Ich war unentspannt. Aber das haben die zum Glück nicht so mitbekommen. Als ich denen hinterher erzählt habe, wie es mir da ging, meinen sie auch, hat man gar nicht gemerkt. War alles gut. Was allerdings passiert ist, durch diese Situation vielleicht auch bedingt, ist, dass ich mir nicht ganz klar darüber war, wie spät es eigentlich war, als ich die Dinger dann endlich drin hatte. Ich dachte, es wäre halb fünf. Habe sie dann halb sechs rausgeholt. Stellt sich raus, hast du erst halb sechs reingetan gehabt. Naja, um fünf. Die waren halt nur eine halbe Stunde drin. Und die waren nicht durch. Also draußen waren sie knusprig. Habe sie angeschnitten. Erst mal ruhen lassen. Und dann angeschnitten. Und die ersten zwei Stücke waren schon weg, bis ich dann unten war. Und ich dachte, oh, das Fleisch ist weg. Das ist noch roh. Das kann ich, das geht nicht. Also rohes Geflügel will ja keiner essen. Nee. Ach, scheiße. Also musste ich sie wieder reintun. Allerdings hatte ich dann schon die zwei Hähnchen drin. Also ich hatte zwei Truthähne, die Hennen waren. Und ich habe gelernt, Hennen haben ein Gewicht bis zu elf Kilo oder so. Und Truthähne, also die Männer, sind dann ab 15 Kilo. Nächstes Mal also wieder Männer bestellen. Und weil ich dann irgendwie zwei Zehn Kilo Hennen hatte, habe ich noch zwei Hähnchen mitgenommen, die er da irgendwie rumliegen hatte. So XXL Brathähnchen. Die habe ich dann einfach irgendwie nochmal für eine Viertelstunde reingeworfen, nachdem die Hennen raus waren. Das heißt aber, dass als ich sie dann wieder reintun wollte, waren dann noch zwei Hennen drin und Langosch. Und das war irgendwie alles irgendwie dann schwierig zu organisieren, dass sie irgendwie reinpassten. Dann passte das alles nicht. Und dann sind die auch zerfallen, weil ich sie schon zu viel bewegt und auch schon angeschnitten hatte. Und das war irgendwie total blöd, die da wieder reinzutun. Und die Leute haben dann eben aber auch schon angefangen zu essen. Also die standen dann an. Die ersten haben schon Fleisch gekriegt, andere haben erstmal Beilagen genommen. Und dann, als es irgendwie klar war, jetzt gibt es doch gar kein Fleisch, haben sich die anderen eben auch Beilagen genommen. Und am Ende waren halt alle satt, als die Truthähne fertig waren. Also es war auch schwierig, die da wieder rauszukriegen, weil der eine Truthahn ist halt sachlich in der Mitte durchgebrochen. Als ich ihn rausheben wollte, dann musste ich den halt wieder mit Fleischgabeln herausfischen irgendwie. Katastrophe. Naja gut, natürlich haben die Leute auch noch Truthahn gegessen und war auch lecker und alle waren dann zufrieden und so. Aber es ist halt wahnsinnig viel übrig geblieben im Vergleich zu sonst. Und es war ein bisschen, das war echt, also ich weiß nicht, was los war. Das war nicht gut. Habe ich irgendwie schlecht frittiert, aber wieder mal viel gelernt. Also nicht nur über Henne und Hahn, sondern auch über, stell dir einfach verdammt nochmal einen Wecker. Also lass einfach die Uhr mitlaufen, wenn du sie reingetan hast. Genau. Wenn ihr mal wieder Truthähne frittiert. Kennst du eigentlich noch andere Leute, die sowas machen? Ne. Also ich habe jetzt wieder von jemandem gehört, der das auch machen möchte, der dann von mir wissen wollte, wie groß ein Topf sein muss. Sag ich ja, keine Ahnung. Ich habe halt einen viel zu großen Topf, aber wie groß er minimal sein muss, was weiß ich denn. Also ich habe die Truthähne noch nie ausgemessen, was so den Umfang angeht. Und in meinem Blog, ich habe jetzt so einen Frittierblog, das lange nicht mehr befüllt, aber früher habe ich da mal einmal im Jahr reingeschrieben und Fotos und so. Da hatte sich mal jemand per Kommentar gemeldet, so nein, ihr seid gar nicht die Einzigen in Deutschland, wir machen das auch schon seit Jahren. Da habe ich zurückgeschrieben, ja cool, ist ja witzig und lass mal austauschen. Wie macht ihr das? Guckt mal, wie wir das machen und so. Und der hat sich halt nie wieder gemeldet. Und ich weiß nicht, ob wir die Einzigen sind, aber ich habe noch, also in den USA machen das halt viele und da gibt es auch viele Videos. Also vor allem halt Videos, wie es schief läuft. Leider habe ich kein Video von der 15 Meter hohen Stichflamme, die in meinem Gedächtnis gerade noch rumwabert. Hat da wirklich niemand gestanden? Die war halt nicht 15 Meter hoch, die war in meiner Wahrnehmung quasi halt viel zu hoch, aber tatsächlich hat halt so ein bisschen der Rasen gebrannt. Aber da musste auch irgendjemand mit einem Futterapparat daneben gestanden haben und das dokumentiert haben. Ja, meine Tochter sogar, ich habe hier den Futterapparat in die Hand gedrückt, so machen wir ein paar Bilder. Aber von dieser Flamme war halt kein Bild dabei. Ach schade. Schade, ja. Das wäre natürlich spektakulär, wie Tobi in Flammen. Ja, weiß ich nicht. Nächstes Mal mache ich das alles wieder besser. Ja, dann kommen wir auch wieder. Es sei denn, wir sind dann im Urlaub. Ja, man steckt ja nicht drin. Man weiß es nicht. Nee. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendwas zu erzählen? Ich kriege auch gar nichts mehr zu erzählen. Ich habe tatsächlich hier noch zwei Themen. Echt? Ich habe nichts erlebt. Ah doch, wir waren im Urlaub, aber mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Willst du vom Urlaub was erzählen? Das war schön. Bist du erholt? Nein. Warum nicht? Ich bin komplett urlaubsreif zurückgekommen. Scheiße. Das war ganz schrecklich. Also es war ganz schrecklich und es war, nein schrecklich, das ist gemein, das war es nicht. Wo fange ich denn an? Also es war das erste Mal, dass ich mit Kindern unterwegs war. Ah, okay. Und ich kenne die Kinder bisher ja immer nur Tage, allenfalls mal in Wochenendweise. Und natürlich auch in so einem, wir sind in einer hektischen Großstadtkontext und es ist immer irgendwie was zu tun Kontext. Und die Lehre, die man ja zieht, ist, also das habe ich auch schon vor zehn Jahren gelernt, wenn du eine Frau mit Kindern dir anlachst, dann wirst du nicht die erste Geige spielen. Das ist was, womit sehr viele Männer nicht klarkommen. Also du kenne dich auch so aus dem Bekanntenkreis. Du spielst du übrigens auch nicht, wenn du selber Kinder hast. Ist ja egal. Das ist ja von der Zweike unabhängig. Das sind diese Sachen, die erzählt ihr Eltern einem dann die ganze Zeit, aber es tut halt nichts zur Sache. Weil ihr seid halt Eltern. Erzeuger unabhängige Kinder. Wenn du also eine Partnerin kriegst, die schon Kinder hat, wirst du niemals die erste Geige spielen in dieser Beziehung. Das habe ich, wie gesagt, vor zehn Jahren schon gelernt. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das finde ich gelegentlich sogar gut, weil ich auch recht viel Raum brauche. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hinreichend verschroben. Das heißt, das war mir alles klar, dass ich nicht die erste Geige spiele und sowas. Und dass ich mich da zurückzunehmen habe und so. Was mir noch nicht mal ansatzweise klar war, ist, wie weit ich mich zurücknehmen muss. Und das habe ich auf die härtestmögliche Tour in diesem Urlaub gelernt. Das ist ja, wenn du eigene Kinder hast, ab dem Zeitpunkt der Geburt kannst du deine Bedürfnisse auf null reduzieren. Und je älter die werden, desto mehr deine eigenen Bedürfnisse, desto mehr eigenen Raum und eigenen Rhythmus bekommst du zurück. Doch, 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 aber hallo, aber sowas von, doch. Nein. Du musst nicht deine Bedürfnisse zu 100% zurückstellen, Tobi, erzähl mir nichts. Natürlich. Kaufe ich dir nicht ab. Musste ich auch nicht, als die Kinder geboren sind. Okay, das Glück hat, weil du arbeiten gegangen bist. Beim ersten Kind habe ich das extrem gemacht. Als das zweite Kind kam, sah ich, aha, ich muss meine Aufmerksamkeit eh irgendwie aufteilen. Es geht nicht um Aufmerksamkeit. Für mich wieder was, oder überhaupt für Raum, meinetwegen. Genau, es geht um Raum, es geht um Raum, es geht um Rhythmus, es geht um Bedürfnisse. Aufmerksamkeit ist überhaupt kein Problem. Oder zumindest war Aufmerksamkeit überhaupt kein Problem jetzt. Lass mich einfach mein Ding mal kurz zu ändern. Also, du kriegst eigene Kinder, du musst deine Bedürfnisse zurücknehmen. Der Einfachheit halber um 100%. Mit jedem Jahr, dass das Kind älter wird, kriegst du 2% zurück. Oder 3, oder was weiß ich was. Das heißt. Kannst du dann da Pubertät wieder abgeben. Mag ja sein. Ist alles ganz toll. Aber das nutzt mir jetzt gerade nichts in dieser Geschichte, die ich erzähle. Die beiden sind 6 und 9. Die sind total entspannt. Das kommt noch dazu. Also, es sind halt keine anstrengenden Kinder oder sowas. Die sind 6 und 9. Sagen wir mal, wenn es meine eigenen wären, dann hätte ich jetzt schon, keine Ahnung, 20% meiner Bedürfnisse zurück. Was ich jetzt hatte ist, ich habe aus dem Stand 80% abgeben müssen. Und ich weiß nicht, mit wie viel ich gerechnet habe, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht habe ich mit 40 gerechnet oder 50, aber nicht mit 80. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Aber wirklich richtig aus der Bahn geworfen. Also so, dass ich wirklich, es gab dann einen Abend, da war ich nur noch ein Nervenbündel. Das führt dann natürlich dazu, also weißt du, ich habe nichts von meinem eigenen Rhythmus mehr gehabt. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, ich habe die ganze Zeit gesagt, warum renne ich die ganze Zeit vor? Das ist so, weißt du, also wirklich, ich war halt komplett raus aus dem Spiel sozusagen. Ich habe mich halt, ich hätte, so muss ich sagen, ich hätte mich halt komplett erstmal den Kindern anpassen müssen, um dann in dieser Anpassung an die Kinder mir meinen Raum zu suchen. Kann man ja machen. Billiges Beispiel. Wir gehen essen. Ich will Pizza, ich will auch Pizza. Okay, gehen wir halt Pizza essen. esse ich halt die Pizza, die ich mag. So, ist ja auch ein bisschen was von meinem Bedürfnis. So rum hätte ich agieren müssen und kann ich auch nur jedem raten, so rum zu agieren. Einfach sich mal kurz aufgeben, die anderen den Rhythmus bestimmen lassen und dann gucken, wo kann ich denn innerhalb deren Universum sozusagen so kleine Taschen für meinen Rhythmus, für meine Bedürfnisse, für meine Realität finden. Und das ist mir nicht gelungen. Und stattdessen hast du versucht, deinen Rhythmus… Ich, nee, ich habe halt die ganze Zeit, also ich habe halt teilweise dagegen gekämpft, also habe halt versucht, meinen Rhythmus trotzdem zu behalten, den zu übertragen auf alle Beteiligten. Gebt keine Pizza, ich esse immer erst um acht Pizza. Das musste natürlich schief gehen. Das hat dazu geführt, dass ich die ganze Zeit wirklich extrem angespannt war, auch wirklich schlecht gelaunt war, jeden Abend echt viel getrunken habe, um irgendwie zur Ruhe zu kommen und gelegentlich dann halt auch ungerecht war den anderen gegenüber. Und das ist halt richtig scheiße. Also das ist wirklich richtig, richtig scheiße. Und jetzt weiß ich es, weißt du, das ist halt, das ist nicht das Schlechteste. Der Urlaub war gut, so gesehen war der gut. Ich habe da was gelernt, was ich wahrscheinlich, wenn das nicht so passiert wäre, hätte ich da noch mehrere Jahre für gebraucht, um das zu begreifen, was da passiert ist und was passieren muss, wenn wir das nochmal machen, was wir machen werden. Es gab einen Punkt in dem Urlaub, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht, das mache ich nie wieder. Ist aber nicht, also wir fahren nächstes Jahr wieder weg. Das war so, also das hat mich, also ich war im Grunde war ich diese kompletten, es waren knapp 13 Tage, 12, 13 Tage waren wir unterwegs und ich war die ganze Zeit angespannt. Also das ist unglaublich. Ich war im Grunde war ich angespannter als in einer normalen Arbeitswoche. Und jetzt stell dir vor, du wärst nicht mit Kada und den beiden Kids losgefahren, sondern zusätzlich noch mit einer befreundeten Familie, die auch noch zwei Kinder haben. Dann hätten immerhin diese vier Kinder sich gehabt. Und da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast, bei der Aufmerksamkeit. Wir sind dummerweise, das ist auch so ein Fehler, den wir gemacht haben. Das unterschätzt du komplett, weil... Sobald andere Kinder in der Nähe waren, waren die mit denen beschäftigt und wir hatten Luft. Ich glaube nicht, dass ich das unterschätze. Der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir wohin gefahren sind, wo nicht die ganze Zeit auch andere Kinder waren, dass sie jemanden zum Spielen und sonst wie hatten. Sondern dass sie natürlich dadurch dann auch immer wieder nochmal auf uns fixiert waren. Aber das war, das ist wirklich eine der einschneidendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen jetzt. Das Problem ist, ich bin urlaubsreif. Nee, wir machen ja öfter mal Urlaub mit den Schweden gemeinsam. Und da musst du halt nicht nur den Rhythmus und die Bedürfnisse deiner Kinder mit berücksichtigen und deine daran anpassen. Das ist man ja dann als Eltern schon gewohnt. Das ist auch vor allen Dingen deine Realität. Also du kennst das ja nicht anders. Also das ist halt immer da. Das verändert sich aber halt. Also was ich am Anfang meinte, ist, das verändert sich halt ständig. Also die Große kommt jetzt in die Pubertät und das verändert sich halt komplett. Das ist ein komplett anderer Rhythmus wieder. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr zwei Prozent zurückbekomme. Im Moment habe ich das Gefühl, es nimmt gerade verdammt viel zu, dass ich irgendwie Raum und Aufmerksamkeit und Energie irgendwie mehr in die Kinder reinstecken muss, als ich das die letzten Jahre gemacht habe. Aber davon abgesehen, also die Situation ist natürlich, dass die Kinder sich viel mit den anderen Kindern beschäftigen. Aber du hast halt ständig noch die Ebene der Eltern noch mit dazu. Das heißt, die haben auch Bedürfnisse, die sie irgendwie anpassen müssen an ihre Kinder. Die arrangieren sich ja auch mit ihren Kindern. Und das muss dann zu dem passen, wie wir uns mit unseren Kindern arrangieren. Und da, wo es nicht passt, das ist dann halt richtig anstrengend, da irgendwie Kompromisse zu finden, die irgendwie noch für alle passen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, gemeinsam Urlaub zu machen. Und dass man irgendwie, was weiß ich, wann und wo gehen wir essen? Ganz einfache Frage. Was kaufen wir ein, wenn wir irgendwie einkaufen gehen? Und dann irgendwie, das nimmt gar kein Ende an Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die halt letztendlich alle nur irgendwie Kompromisse sind. Das gilt für alle. Das ist wie in einer Demokratie, nur dass keine Demokratie ist. Keiner kriegt, wer da will. Alle sind schuld. Ja. Ja, und das ist fürchterlich anstrengend. Ja, ist es. Ich glaube aber trotzdem, dass Eltern es einfacher haben. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kriegst du tatsächlich nicht den Raum zurück. Aber lernst vielleicht auch besser, dich damit zu arrangieren, dass der Raum weg ist. Da ist auf jeden Fall Übung dabei, weil das halt von, das ist ja 24-7 seit zwölf Jahren. Und vor allen Dingen, die ersten Jahre kannst du ja noch nicht mal verhandeln. Mittlerweile kannst du ja verhandeln mit denen. Was es nicht leichter macht, weil man das Gefühl hat, man könne verhandeln. Das sind aber halt trotzdem Kinder. Also natürlich kann man mit Kindern auch verhandeln, aber das ist halt anders als mit Erwachsenen. Ja, natürlich. Das muss man auch lernen. Habe ich auch gelernt. Also das war, das war wirklich, wirklich heftig. Davon abgesehen waren wir an ein paar sehr schönen Ecken in Italien. Sehr leckeren Wein getrunken hoffentlich. Ja, aber auch nicht, also das ist, das ist nichts von dem, was ich vorhatte in diesem Urlaub zu machen, habe ich machen können. Nichts. Was hattest du dir vorgenommen? Diverse, an diverse Orte zu fahren, da diverse Dinge zu tun. Okay, also Ausflüge. Bestimmte Ausflüge, bestimmte Weingüter angucken, bei einer bestimmten Café-Rösterei vorbei, bei einem bestimmten Schneider vorbei. Alles nicht gemacht. Ich habe noch nicht mal in einem Restaurant, im Nachbarort essen. Hat auch nicht geklappt. Also es war, das war wirklich, das war für mich, das war richtig, richtig hart. Da habe ich halt vielleicht auch einfach mehr Übung. Also ich habe es halt geschafft, mit Jan zusammen irgendwie in den Nachbarort zu fahren und die Dessertorie zu besuchen. Und es ist auch nicht so, dass ich nicht Gelegenheit gehabt habe. Also ein Kader hat auch gesagt, ey, klingt dich halt aus. Da ist das Auto, setz dich rein, mach dein Ding. Aber das wollte ich dann halt auch nicht. Ja, weil das, nee, hätte ich auch falsch gefunden. Also da ist es garantiert die Übung. Also du warst jetzt zum ersten Mal in dieser Situation, ich bin da seit zwölf Jahren drin und das übt ungemein, dass man die Chancen dann eben auch ergreift und dass es eben auch okay ist, diese Chancen zu ergreifen. Ich habe eine Zeit lang damit gehadert, dass ich einmal die Woche zur Bandprobe fahre und meine Frau eben nicht diesen einen Abend mit ihren Freundinnen hat. So, bis sie mir dann irgendwann gesagt hat, so ey, mach das halt verdammt nochmal. So, du wirst sonst unausstehlich, wenn du diesen Abend nicht hast. Ja, genau. So, und seitdem genieße ich es, weil ich weiß, meine Frau steht dahinter. Und wir haben dann zum Schluss, also praktisch am vorletzten Tag, habe ich dann, ist bei mir dann auch im Kopf einen Schalter umgelegt. Weil, also ich war halt immer schneller als alle anderen. Das sind Kinder, Himmel, Arsch. Oh, ein Stock, weißt du so, das ist halt der Stockrad wichtiger. Ist ja auch völlig okay. Muss man halt nur erstmal begreifen, dass das völlig okay ist. Und da haben wir es dann halt wirklich so gemacht, wir waren halt am Strand dann, am Gardasee. Und da haben wir gesagt, so einpacken, nach Hause gehen, was essen gehen und dann die Kinder ins Bett und so. Und ich habe dann halt einfach gesagt, weil ich sowieso, wir brauchen ja eh noch Sachen aus dem Supermarkt. Ich gehe schon mal in den Supermarkt, was wollen wir alle haben? Habe Bestellungen aufgenommen, bin in den Supermarkt gegangen. Weißt du, wir kamen dann trotzdem gleichzeitig am Hotel an. Okay. Also das sind dann halt auch so, das meine ich mit in diesem, ja in diesem Raum der anderen seinen eigenen zu finden. Weil das geht, glaube ich. Wie du sagtest, so Gelegenheiten erkennen. Die habe ich halt die ganze Zeit nicht erkannt, weil ich... Wäre katastrophal gelaufen bei mir, weil ich in ausländischen Supermärkten kann ich mich stundenlang aufhalten und mich darüber freuen, was die für ein Sortiment in ihren Regalen stehen. Ja, ich auch. Das mache ich auch absichtlich. Also ich gehe absichtlich in ausländische Supermärkte und ich bin dann da auch durchgelaufen, habe schnell Sachen zusammengesammelt und habe gedacht, ach Mensch, die haben aber eine total interessante Craft-Bier-Ecke hier. Naja, morgen müssen wir eh, wenn wir nach Hause fahren, müssen wir eh noch was einkaufen, dann gehst du da nochmal gucken. Nämlich heute nur die Hälfte des Sortiments mit und morgen wieder. Ja, und rat mal, wann ich nicht in den Supermarkt gegangen bin. Am nächsten Tag. Genau. Das ist, ja. Ich habe absurd viel gelernt und ich werde wahrscheinlich auch echt noch Monate brauchen, um das alles zu verstehen, was da passiert ist. Weil währenddessen habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und wenn du es verstanden hast, hat sich die Weltleiter weiter gedreht, die Eltern, die Kinder sind älter geworden, haben andere Bedürfnisse. Das ist egal. Nee, 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 nee. Ich glaube, das ist doch das, ich glaube, das ist egal, weil das ist so ein grundlegendes, so ein strukturelles Problem gewesen, was ich geglaubt habe. Dass sich das dann natürlich in mannigfaltigen Ausprägungen zeigt, das ist ganz klar und das ist auch wieder was anderes. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, es wäre überhaupt alles kein Problem mehr. Nee, das nicht. Also so doof bin ich auch nicht. Du hast immerhin erkannt, dass es ein Problem ist. Dass es mein Problem ist. Ja. Das ist echt viel wert, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und so albern diese Unterscheidung auch ist, also hier würde ich wirklich Probleme und Herausforderungen unterscheiden. Weil es ist ja... Jetzt ist es eine Herausforderung, ja. Genau. Akut war es natürlich mein Problem, weil ich dann nicht, Coping war nicht. Also mein Coping war zwei Flaschen Wein am Abend. Und der war geil. Na siehste. Muss man auch mal sagen. Und dann haben wir auch super, wir haben dann so eine Ferienwohnung gehabt in Kaltern am See. Das ist in Südtirol der wärmste See da in der Ecke. Der wärmste See heißt Kaltern. Auch interessant, ne? Irgendwie Quatsch. Ja. Und wollten eigentlich, wollten wir halt, ich glaube, zwölf oder dreizehn Nächte oder sowas. Konnten aber nur acht Tage kriegen, weil alles schon ausgebucht, weil, ne? Hatten wir ja auch schon drüber geredet, Urlaub in den Schulferien. Und sind, haben dann gesagt, okay, dann fahren wir noch drei Nächte an Gardasee. Sind so 150 Kilometer weiter. Gucken wir uns den Gardasee auch nochmal an. Und haben dann da auch geguckt, so Ferienwohnungen mit zwei Schlafzimmern. Recht günstig, also weil, so reich sind wir nun auch nicht. Und hatten dann auch was gefunden, das irgendwie sehr nett aussah so von innen. Und ja, liegt zwar an der Hauptstraße, aber kann man ja mit leben. So. Wieder hingefahren, um dann festzustellen, dieses Haus liegt erstens vier Kilometer von allem entfernt, was irgendwie Infrastruktur ist. Egal, doch, nee, es gab ein Restaurant in der Nähe. Alles andere, Supermarkt, Tankstelle, you name it, alles war vier Kilometer entfernt. Egal, ob in die eine oder die andere Richtung, war vollkommen schnurz. Und die Hauptstraße, an der dieses Ding lag, da habe ich irgendwie gepennt. Oder das auf der Karte, genau, die Karte hat auch irgendwie was anderes angezeigt. Das sah aus, als wäre es in einem Ortskern, weil die Adresse irgendwie zweideutig ist. Kennst du einen Gardasee? Nee. Es gibt also eine Straße am Gardasee, die führt um den Gardasee herum. Auf dieser Straße fahren alle. Vor allen Dingen Motorradfahrer. Das heißt, außer Orts? Nee, alle. Schnellstraße? Es gibt halt keine andere Straße. Da fahren halt alle, inklusive der Motorradfahrer, die dann immer auch schon mal schön den Hahn aufreißen, wenn sie um eine Kurve kommen. Und das Haus lag so hinter einer Kurve. Mit Einfachverglasung. Wir sind da hin und haben gesagt, scheiße, was ist das denn hier? Naja, sieht ja ganz hübsch aus und eingeräumt alles und so. Und irgendwann mitten in der Nacht, nee, es ging halt die ganze Zeit. Fahrzeuge. Und irgendwann mitten in der Nacht haben wir in der Küche gesessen, haben den letzten Wein getrunken, haben uns wirklich abgeschossen, damit wir überhaupt die Augen zukriegen. Dann haben wir gesagt, wir können hier nicht bleiben. Das geht halt einfach nicht. Wir können hier nicht bleiben. Wir gucken jetzt nur, was wir machen. Und dann haben wir irgendwie die ganze Zeit auf dem Handy mit schlechtem Internet, weil nur noch Edge da war, geguckt, was wir denn irgendwie alternativ machen könnten. Und sind dann wirklich 10 oder 15 Kilometer weiter südlich in einen anderen Ort gefahren, wo wir ein Hotel gefunden haben, das einigermaßen erschwinglich war. Oh Mann. Und wo aber dabei stand, sehr ruhig gelegen. Dann haben wir auch gesagt, komm, scheiße, jetzt drauf. Und haben dann eben nochmal ein paar hundert Euro auf den Tisch gelegt. Bevor wir jetzt hier komplett einen Nervenzusammenbruch kriegen auf die letzten drei Tage, haben wir der Landlady gesagt, geht nicht, ist viel zu laut. Ja, aber sie wussten doch, dass das an der Straße liegt. Das steht doch in der Beschreibung, meinst du? Ja. Naja, jetzt wissen wir, wo wir das nächste Mal wieder hinfahren, falls wir nochmal nach Italien wollen. Beziehungsweise wo ihr nicht hinfahrt. Ja, das sowieso. Also da muss ich auch unbedingt noch bei Booking.com, habe ich das gemacht, das muss ich unbedingt dann noch, ich kommentiere ja normalerweise solche Sachen nicht. Da muss ich aber unbedingt noch reinschreiben, Achtung, Attention. Das ist wirklich laut. If you're not stone deaf, don't go there. Ja, weil das ist wirklich so absurd. Irgendwann so nachts um zwei wurde es dann mal ein bisschen leiser bis um sechs. Wahnsinn. Ich habe noch zwei Themen, aber irgendwie bleibt nicht die Sendung. Nächstes Mal, oder? Das ist auch nichts Aktuelles. Siehst du, wir haben einfach nächstes Mal, da haben wir wenigstens darüber reden können. Ja. Ach Gott, da war ja noch das Wetter, ne? Das Wetter, genau. Hast du es offen? In der Nacht nur gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 19 und 12 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 14. September 2016 sonnig bei 26 bis 32 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden und Osten sonnig, im Westen und Süden aufkommende Bewölkungen. Warum muss ich jedes Mal wieder lachen? Weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Warum sage ich das jedes Mal? Fang bitte nochmal an. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Am Donnerstag im Norden und Osten sonnig, im Westen und Süden aufkommende Bewölkungen mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 21 bis 30 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Das war der Realitätsabgleich. Wer redet, ist nicht tot.